Wenn jemand Sie anrufen möchte, stellen Sie sicher, dass Sie verfügbar sind. Andernfalls kann es sein, dass Sie die Anrufbenachrichtigung gar nicht sehen. Achten Sie auf Ihren Status oben links. Sind Sie nicht verfügbar, wird unter Umständen der Anruf gar nicht angezeigt. Sobald die Benachrichtigung kommt, können Sie den Anruf annehmen, indem Sie auf das Telefonhörersymbol klicken. Klicken Sie stattdessen auf Optionen, können Sie mit einem Chat antworten oder sich selber in den Status Nicht stören bewegen, sodass dieser Anruf nicht angenommen wird. Sobald Sie den Anruf angenommen haben, können Sie sehen, mit wem Sie gerade telefonieren. Das Porträtfoto stammt direkt aus den Skype-Optionen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Netzqualität zu überprüfen, die sehen Sie hier oben rechts, und gleichzeitig auch die Dauer des Anrufs zu sehen. An dieser Stelle haben Sie außerdem die Möglichkeit, weitere Teilnehmer in dieser Unterhaltung mit aufzunehmen. Diese finden Sie dann entweder in Ihren Kontakten oder über das Adressbuch. Ein Doppelklick lädt die Person in ihre Unterhaltung mit ein. Ein Klick auf Abbrechen geht wieder zurück zum Anruf. Sie können an dieser Stelle den Anruf auch steuern, dazu gibt es eine entsprechende Schaltfläche unten rechts. Unter Anrufsteuerung versteht man beispielsweise die Möglichkeit, diesen Anruf zu halten, ihn also zu pausieren und dann vielleicht kurz rückzufragen bei einem anderen Kontakt. Diese Funktion ist genauso, wie Sie das vielleicht vom Telefon kennen. Sie halten eine Verbindung, um schnell einen Rückruf zu tätigen, und kehren dann zum Originalanruf zurück. Sie können jederzeit diesen Anruf erweitern, beispielsweise um eine Videoschaltung. Sie können allerdings auch dieses Mikrofon, was Sie gerade verwenden, stumm schalten, sodass Sie sich in Ihrem eigenen Büro vielleicht kurz erkundigen können, ohne dass derjenige in Ihrem Anruf Sie hört. Ist das Telefon stumm geschaltet, können Sie sprechen, und die Konferenzteilnehmer oder der eine Anrufer wird Sie nicht hören. Um parallel zu dem Anruf einen Chat zu starten, klicken Sie unten links auf das Chat-Symbol. An dieser Stelle können Sie sich Nachrichten schicken. Beachten Sie auch, dass Ihnen alle weiteren Chat-Funktionen natürlich auch zur Verfügung stehen, beispielsweise das Versenden der Dateien. Sollten Sie das Chat-Fenster einmal geschlossen haben, und das tun Sie mit dem X hier oben, sehen Sie trotzdem, wenn eine neue Chat-Nachricht kommt. Klicken Sie einfach in diesem gelben Info-Bereich auf Gelesen. Schon öffnet sich wieder der Chat, und Sie können weiterschreiben. Wenn Sie jetzt den Anruf auflegen möchten, klicken Sie auf das rote Symbol. Der Anruf wird beendet, das Telefon quasi aufgelegt, und gleichzeitig sind Sie wieder im Chat, schließlich hatten Sie den ja noch nicht geschlossen. Beenden Sie auch den Chat, um den Anruf wirklich zu beenden. Viel Spaß!